Erleben Sie nahezu müheloses Arbeiten mit der Unterbodenlanze ST97.1. Die drei Düsen sorgen mit dem 25 Grad Sprühwinkel für kraftvolle Hochdruckreinigung am Unterboden. Der maximale Wasserdruck liegt bei 180 Bar mit 40 Litern pro Minute und die maximale Wassertemperatur bei 100 Grad. Mit der Hochdruckpistole ST601 ist ein angenehmes Arbeit möglich. Die beiden 60 mm Rollen sind aus POM gefertigt, extrem leichtgängig und stark strapazierbar. Die Unterbodenlanze ST97.1 garantiert hervorragende Reinigungsergebnisse, auch dort, wo man nichts sieht. Die ersten Vielen Dank.